was jetzt auch gott ich mir auch ich glaube das mache ich mir als klingelturm beim handy aber als wecker wäre das auch geil ich hoffe du wirst morgen zugeweckt wie chillig ich schlafe ich direkt wieder ein sieh na hau jetzt nicht ab diese kleine ratze ängert mich heute schon den ganzen tag sie nach hier hat dieser hund der hund der ruhm und ich meine ich hab sie aber hört doch jetzt mal einmal auf mich nein natürlich nicht hallo so ich muss trotzdem online gehen geht leider doch nicht so ein moment ich glaube das kostet ihm gerade viel kraft ja ich glaube auch das liegt aber da ja deswegen verstehe ich ja okay bei mir ist auch immer dieses komische rädchen ich komme ist das gar nicht was soll denn das jetzt macht er was bei mir okay mach keinen scheiß oh gott was ist hier heute los ich will singen ey guck mal den hund hört nicht Sina Sina wenn du jetzt nicht gleich hinkommst wenn die läufig ist ist sie so zickig Sina hey fräulein ich bin hier das oberhaupt vielleicht abmarsch jetzt da komm her du das oberhaupt ja ne scheinbar nicht also ich glaube äh wenn man Tiere hat ist man nie das oberhaupt sind immer die Tiere selber jep das werde ich schon seit dieses Jahr werden es zehn Jahre ja da ich äh ununterbrochen mit irgendwelchen Zieren zusammen lebe ich mach mal dann mal ich mach mal dann mal ganz kurz die Wohnzimmertür auf moment boah das hat aber geknallt bei dem knallt's wohl bei dem piep's knallt's wohl unglaublich ey Alter ist das ne blöde Kuh jetzt mach ich ihr die Wohnzimmertür auf weil sie davor stand jetzt legt sie sich aufs Sofa das ist ja wie bei Katzen Katzen wollen rein man öffnet denen die Tür auf und dann wollen sie gar nicht mehr rein dann gehen sie mal wieder die ist wie schlau als wie ich so ich bin breit ja gut dann sind wir breit ja wir sind breit der Hund ist Jennifer Jennifer weiß ich doch aber weil er eben gesagt hat Jennifer dann bereit ach was ist Jenny hat er gesagt wollen wir irgendwie jetzt hier automatisch wir rollen gerade automatisch am geilsten sind aber die Donuts sicher gekackt werden ich glaube das bin ich als Captain Jack Sparrow du müsstest doch eigentlich hier kacken warum kackt der denn Donuts oder rum ok ich versteh das Spiel grad nicht warum ist Frutus vor uns ich hole dich an 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 ich berühre dich gleich ich berühre dich gleich ich berühre dich gleich nein jetzt erst die Inception Map die war scheiße ja ich hab doch gesagt ich starte mal von Anfang an alle Maps die ich habe ich weiß noch nicht mehr welche ich alles hatte der einzige der nicht klarkommt ist Digi mal wieder ich muss gleich sagen ich muss gleich sagen sehr wohl ist nichts neues also bitte ja ich bin im Eicherbecher ach du bist ins andere gegangen ja ich geh doch nicht dahin wo du hingehst dann kickst du mich wieder aus der Map raus warum warum ja ehrlich warum warum komm schon warum denn nicht ja nee da muss ich Frutus jetzt mal in Schutz was du nimmst Frutus eh immer in Schutz natürlich wir müssen uns von dabei wir sind in ner Minderheit wo seid ihr denn bitte in ner Minderheit wer sind die Fettis hallo ja aber zwei zwei sind mehr als wobei selbst ich bin und so wer war was ja sie ist nicht sonst mehr bei dein Hole hingewiesen selbst ich bin und so und du bist und sowas ich bin auch fett wollte ich sagen ach du bist nicht fett halt's Maul oh Uschi sag doch auch mal was sie ist nicht fett hallo bitte danke dann müsst ihr ja lügen du bist ganz schön recht für dein Alter ey wer ich ne sie deine Mutter Junge achso ja die sowieso ist alt aber ich mag sie trotzdem hallo Mama hallo Mama hallo Mama hallo Mama wenn du das hier siehst ich werde hier festgehalten wo müssen wir jetzt ja genau wo müssen wir eigentlich hin äh na ah ja ah 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 kapiert ah nicht zu viel Schwung nicht zu viel Schwung das war zu toll glaub ich dass er mir wunderbar Funktion nuckelt ha 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 mit Gefühl andere Richtungen am besten er hat kein Gefühl das war zu wenig äh kann 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 ich nicht kann ich nicht kann ich mich nicht hierhin schieben ey nein ne schieben ne sowas machen wir nicht du brauchst ja nicht mit so viel Schwung ran mach weiter nach rechts so so wir sehen das nicht ja ja so ja das war schon gar nicht so schlecht und jetzt mit weniger Schwung es ja noch weniger Schwung es da wo du meistens recht doll hämmern musst da musst du lieber weniger schwing dein Ding und dann mach rein ja geil auch richtig geschwungen ey ey hammer alter bäm bäm alter bäm Junge ja ach fühlt sich das gut an was 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 ist das was ist das achso das das hast du wieder raus gehört das war ich Gravitation und so das das scheiß Inception Map die ist auch so komisch kicken wer kackt da Donuts wie ich es geil ja ich mag keine Donuts aber Daniel wow 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 nein ich lieg da schitzel ja 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 ich muss ja auch mal Glück haben ja du mein Glück oh fuck nein ja nehm ich zurück boogie nein 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 ah frisch frisch ist der war gut der war richtig gut der war geil oder der war neig ja der war da geht mir ich könnte eigentlich jetzt ein Orgasmus kriegen der stream ist nicht ab 18 wollte ich grad sagen dann krieg ich halt ein Lauscher Helium Kompott Entschuldigung Entschuldigung Lauscher Helium Kompott kennt das keiner von euch nein wir sind nicht so ein Lauscher Helium Kompott Lauscher Ohr Helium Kompott und dann Lauscher Helium Kompott ne äh jetzt kriegt ihr mich ganz selber durcheinander hui 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 nein doch in der Tat Nein hui ha 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 bleib stehen bleib stehen Nein, nicht sein Ernst. Hahaha. Hihi. Immerhin einen Power. Die krieg ich nie hin. Bei den kompliziersten Dinger machst du one and whole. Ja, whole and one. Hole and one. Jaja, hab ich doch gesagt. Ach, das ist das Ding. Nein! Fiff, welcher bullet your father vor mir? Was? Ich hab nicht mal was gemacht. Auch immer flieg ich hier durch die Gegend wie so ein Penner, ey. Ja, du bist plötzlich vor mir erschienen. Hallo, du hast mich voll... Du bist vor mir erschienen, du warst da vorher nicht. Was? Das... Das ist so gemein. Na, bin aus dem Loch rausgeflogen. Kannst du denn aus dem Loch? Egal. Gut. Ich fliege die komplette Map gerade runter. Ja, ich hab dich fliegen sehen. Ich liege hier, achso. Frisch ist, voll gechillt hier so langsam nach die Bahn. Wie geil ist das denn? Ähm... Ja, ich bin Jack Sparrow. Ja, es wird immer gechillt. Ähm... Ui, jetzt gibt er Gas. Er fliegt natürlich nicht drüber weg. Aber wo ist er denn gewesen? Hinter uns irgendwo. Ja, nee, das meine ich gar nicht, aber... Na toll, super. Äh, wo muss man denn? Ach, da hinten. Uh! Uh! Das ist ja gemein hier. Komm ich da jetzt weiter? Nee! Nee! Was? Ne Verfickte! Ja, du bist halt... Der Stream ist nicht ab 18. Entschuldigung! Also ich bin drin. Der Stream ist nicht ab 18. Hä, warum landest du denn da unten? Auch wenn du drin bist, ist er nicht ab 18. Hä? Was mach ich denn jetzt? Warum landest du denn immer da unten? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Du! Ich hab keine Ahnung, der setzt mich auch nicht... Was soll denn das hier? Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, da ist noch ne kleine Kante, das ist ja gemein. Ey! Das ist doch mies hier. Nein! Vielleicht darfst du nicht drüber springen. Mach ich das erste Mal gerade! Ari ist ja jetzt am Ende. Du schaffst es. Nee. Mhm. Ey, da war ich die ganze Zeit erstes. Ja, das wird doch wieder sein. Nein, 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 nein! Wer hat mich da berührt? Uh! Uh! Glück gehabt! Wer immer mich da berührt hat, danke! Das war Glück. Da hinten muss man hin. Aua! Darf man hier oben drauf landen? Ich glaub, ja, ich glaub, man muss auf das Auto landen. Nein, nein, darf man nicht. Nein! Oh, leck mich doch! Du musst das hineinschaffen. Man muss drüber, oder was? Ja, 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 ja. Man muss drüber? Ja, man muss übers Auto weg. Wie geil! Ja! Oh, bitte, 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 bitte! Nein! Doch! Nein, nein, Arschloch! Bitte? Ne, ich mein, äh, hier meinen komischen Ball da. Ach, Mann, ey. Eben grad war es zu viel Schwung, jetzt ist es zu wenig. Darf ich hier liegen bleiben? Ne. Ja, 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 ja! Kann man das denn schaffen? Ich hab's geschafft. Mit viel... Ich hab keiner gefragt. Mit viel... Mit viel... Mit viel... Mit viel Schwung. Ja, mit viel Schwung. Irgendwie so ein Geräusch in der Amerika. Hörst du das auch? War ein komisches Geräusch hier in der Leitung? Ja, es ist ganz eigenartig. Ne, find ich nicht gut. Schlechte qualität hier. Ja, wie soll ich denn da schon wieder? Ey, das geht schon nicht. Wie soll ich denn da hinkommen? Ey! Ja, das ist wieder zu viel gewesen. Ich lande gleich wieder auf der anderen Bahn an dem Fass. Ey. Ja, ja, ja! Komm, Baby! Komm, Baby! Nein! 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 Ey, das sind echt die Dinge, die mir die Nerven ruinieren, ey. Jetzt! Komm! 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 Nein! Kleine... Stell das Ding auf 18! Stell das Ding auf 18, Mann! Ich glaub... Ja, ich glaube, das ist tatsächlich besser. Ja! 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 Warte mal, ich mach einmal... So! Kinder sollen ja sowieso nicht auf dieser Plattform so inhaltbar wachsen. Oh Gott! Jetzt dürft ihr Fluchen! 3, 2! Ja, leck mich doch! Aber ah! Fick das Scheiße, dieses Text! Ah! Oh, jetzt macht's noch mehr Spaß! Das gibt's doch nicht! Es hat sich alles aufgestaut. So, und ich schreib noch mal groß ab. Achtzehn... Achtzehn... Plus... Innen-Titel... Oh... 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 Reingeplumpst! Du wird schon gar keiner gekocht! Aber echt mal in echt Golf spielen gehen, ey! Das wär doch mal... Nice, Alter! Wir haben hier bei uns nen Golfplatz! Also jetzt nicht direkt hier, aber ein Stückenbrockhof! Ah! Fünf Minuten von hier! Mitm Auto! Mitm Auto! Stückenbrock! 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 Schluss mit dem Stückenbrock! Ah! Nein! Okay! Ah! Verstanden! Okay! Oh Gott! Das ist doch wieder so eine Lebensaufgabe von mir, ey! Huch! Verdammt! Das hat mich angebumpst! Ah! So, ich krieg gar nix hin hier! Nein! Nein! Du kleiner, wunderschöner Ball! Wunderschöner, lieber, guter Ball! Bist du schon wieder... Wo bist du denn schon wieder? Ich bin gleich im Loch! Das ist schön zu wissen, dass du auch bei einem Loch bist! So, ich bin drin! Das war ja einfach! Das war ja einfach! AOL! Das war ja einfach! Das war die erste Welt, wo ich letzter werde! Ach, das ist ein Aufzug! Oh Gott, oh Gott! Ja, genau! Ich häng da drunter! Und... Ey! Jetzt mal ohne Scheiß! Was ist denn jetzt? Ja, was ist denn jetzt? Jetzt bin ich hier! Jetzt komm runter, du fuck! Du musst erst aus dem Ding raus! Wie soll ich das denn machen? Du musst dich zurücksetzen! Wie, komplett zum Anfang? Ja! Boah, ich liebe dieses Spiel! Es gibt kein besseres! Ey, aber jetzt fast beim ersten Schlacht, du! Das hab ich nicht mal geschafft! Du bist weiter als... Aber das Witzige ist, du schaffst es, du willst auch nicht mehr... Ja, das macht mal eine Aggression, sonst wäre das auch nicht möglich! Ich hab schon in drei Löcher geschissen inzwischen! Geiler Typ! Achso! Ja! Toll! Sittig, ey! Ehrlich! Spiel! Oh! Nein! War das richtig? Wow! Okay! War richtig! Ah, okay! Da geht nichts! Ah, das war richtig? Wah! Das war zu viel! Juh! Komm, Insel! Juh! Juh! Drin! Sorry! Doch, kein Thema! Wir sitzen hier am selben Boot! Nein! Ist mir eben auch passiert! Bleib stehen, bleib stehen! Gibt's keine Bremse hier, ey! Lettaste müsste Bremsen sein und nicht weiter! Wer darfst du springen? Mein junger Paderwaner! Ja, ich weiß! Ich müsste Bremsen sein! Ich nix Paderwanen! Hu! Hu! So! Alter, ich stink schon so nach Schweiß, ne? Ach, du auch? Ja, das ist doch nicht mehr schön! Und ich war erst duschen! Ich auch! Nach Eingang oder so! Nach dem 7 darf ich nochmal, weil ich durchgesifft bin wie ein Schwein, ey! Nein! Nein! Aber man muss sagen, die Musik ist episch! Also hier bei dem Game so. Das ist tief. Das sieht man nicht. Das Spiel ist eklisch! 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 Ja! Nein! Ein Millimeter! Ach, ich bin immer noch hier! Ach du Scheiße! Ich dachte, ich hätte es geschafft! Vorgesagen! Nein! Was freut ihr euch denn alle? Nein! Ach, das ist wieder so eine Eisfläche! Hmm, zickisch! Jetzt! Boah, bin ich am Müffen! Tito ey! Mein Wohnzimmer ist kontaminiert! Was? Ach, geht schon weiter? Ja! War Kaya drin? Ja! Echt? Wir müssen da jetzt rüber? Ja! Echt jetzt? Ja! Ach, du grüne Neune! Wie soll man das denn machen? Also ich bin drüben! Ich bin drüben! Ich bin drüben! Schön, dass du immer angehen musst! Ja! Ich bin im Loch! Ich bin drüben! Aber das war natürlich wieder viel zu weit! Ja! Aber du! Genau! Da ist die Tür! Ja! Ich seh die Tür! Die Tür seh ich wohl! Guck mal links! Hier bin ich! Oh, schade! Okay, warte mal! Wo muss man? Äh! Wah! 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 Was? Was? Achso! Oh, bitte lass mich jetzt nicht... Diese kleine Ruhe! Wie nennst du mich? Nicht du! Diese Mauer grad da, die mich abgehalten hat, ins Loch zu gehen! Deine Mutter! Ich glaub, heute macht's das nicht mehr so! Weiß ich nicht! Kann ja gleich mal meine Mutter anrufen! Alter Kaya, du wirst weiter! N-n-n-n! N-n-n! 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 Noch ist nichts entschieden! Oh, bitte keine Kanonen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ehrlich? Wo muss ich denn hin? Ach da! Hallo? Wo muss ich denn hin? Ich bin da oben, wo die, äh, äh, grünen Dinger sind! Wo die Pimpernellen sind! Ah! Ah! Ja genau! Ich starte genau vor dieser Ecke hier! super günstig. Ja, ich auch. Gott. Ah, okay, das verstehe ich, das Prinzip. Echt? Du verstehst mal was? Ey, wieso hast du es denn hier gemacht? Weil ich nicht nochmal zurückgerollt bin, so wie du. Weil du nicht an der Ecke warst, stimmt. Du bist ja nochmal, du musst ja aus der Ecke erstmal raus. Dreckstückball, jetzt fliegt er rein. Ja, bei diesem Spiel verschiebe ich immer meinen Mauspad, komischerweise. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe gar kein Mauspad. Ich weiß schon warum. Gibt es sowas noch? Ja, also ich benutze auf jeden Fall eins. Ich auch. Ohne Wunde kann ich gar nicht. Ich dachte schon, ich werde komplett raus. Nee, ohne Mauspad ginge bei mir gar nichts. Okay, was ist jetzt? Was ist jetzt hier los? Was ist denn hier los? Achso, ich glaube, ich weiß. Was? Eww, mit ganz viel Anschwung. Mit ganz viel. Ach du Scheiß, ey. So was doch nicht. Ja, freu dich. Ey, lass mich da auch mal freuen. Ja, mach ich doch. Hey, wo bin ich jetzt? Ich habe... Ach, nö. Achso, hier hin? Ja, genau. Ah, okay, okay. Verstehe, verstehe. Alles klar. Ah, da muss man hin. Ja? Ja. Ja. Wo dachtest du denn? In welche Richtung bist du denn geh... Naja, dieselbe, aber anders. Ach. Okay. Ich bin immer unten gegen. Der hat mich immer wieder zurückgehauen. Boah. Wenn du gegen eine Wand machst, dann trägt er dich hoch. Ach, ja. Ja. Ja, das muss man natürlich erst mal wissen. Oh nein. So was aber... Das Ding. Oh, Wasser. Oh, ich bin einmal aufs der Map. Da warst du ein bisschen zu eifrig. Äh, ja. Ein wenig. Komm schon, komm schon, komm schon. Also ich spiele die Jade-Temple-Map lieber als diese Kacke hier, ne? Echt? Huch. Hä? Warum war ich jetzt? Oh. Harry, this way. Oh Gott. Ja, ich wurde eben zurückgesetzt, obwohl ich es hier rüber geschafft hatte. Ich auch. Schon 15 Mal. Ah, ne, 14 Mal zurück. Ja, schon 15 Mal. Deswegen dachte ich mir nur so, hä? Oh Gott. Ey, 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 ey. Also wenn er das in echt hier niedrigen Schlägen schafft, ne? Der ist echt guti. Ob das was? Wo muss ich hin? Da hinten hin? Aber Kai, ja, du gewinnst. Was gewinne ich denn? Nichts alles schon. Ja, an Erfahrung, ja, das sowieso, das tue ich jeden Tag. Naja, du bist jetzt ja schon, wie viele? Äh, 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 35 Punkte vor mir. Naja, das heißt ja nichts. Nein! Naja, doch kommen ja nur noch zwei Holes. Und jetzt war kacke ich hier elendig. Okay. Oh Gott, Entschuldigung. Warum? Ist doch geil. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ist so. Ja. Und muss man denn da ganz hin? Aber schon wieder ein Aufzug, der hat schlecht Erfahrung mitgemacht. Ich hing da mal drunter. Ein Elevator, Elevator, come on. Nicht zu weit, nicht zu weit. Genau da hoch. Ach da, oh Gott. Hä? Ja, gut. Ach da muss man hin. Irgendwo da hinten. So, WP-Punkt. Oh, du gewinnst, Alter. Du gewinnst. Nein, die Geschichte. Ach, ja, da weiß ich bis heute nicht, wo wir hin müssen. Ach so, doch, da rein, ne? Ja, ins Grüne wahrscheinlich. Ich hab's geschafft. Nein. Ich hab's geschafft. Komm schon, komm schon. Ich hab's geschafft. Das ist ja ein Wunder. Warum liege ich jetzt hier so scheiße? Komm schon, bitte, 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 bitte. Ach du kleines Mist. Bitte? Nicht du. Dieser wunderschöne... Ey. Oh Gott. Nein. Jetzt. Ich bin in der Röhre. Ach. Ich will noch nicht mal... Ah. Dieses kühne Schwammelding da. Kernspint oder was? So weit war ich hier noch nie. Nee, ich auch nicht. Deswegen, das ist alles ganz neu für mich. Was musst du denn hier machen? Äh, hier einmal hinten rüber. Ich weiß nicht, ob das mit abkürzen geht. Ich seh nur deine Toner. Jetzt. So, bitte jetzt. Okay. Okay. Boah, Double Bock ey. Uhu. Diggene ist ja auch da. Kaya, bist ja auch da. Joa. Joa. Hast du grad den Soundbutty ausgeschaltet? nein du willst du auf 18 ist dann dann führ ich auch so das ist kein problem ja hallo sie hat noch geschafft ja genau das ist der mega mies hier nein ich meine du kommst gerade richtig wir haben es noch ein loch mit einsteigen das mache ich damit perfekt für die verspätung heute alles gut aber wo bin ich das tut ich was tue ich hier ich habe einfach geschlagen ich bin ich bin ich bin im daueraufzug in einem wasser ja wo muss ich jetzt sehen was passiert ich bin auch in irgendein aufzug also ich schlage seit der geraumen zeit nicht mehr okay das geht schon weiter dass das geht hier weiter ich bin ich im wasser jetzt geht hier bergauf okay ich sehe dich in weiter ferne richtig sehe ich nicht sehe ich denn gut aus ja ich werde sie irgendwie von einem ding zum anderen geportet und das hört sich sehr verwirrend an ja dann dass das läuft ist krambele ich hier gerade ein werk hoch ich weiß nicht ob wir hier was machen müssen ich habe dagegen warten erst mal ja ich habe dagegen geschlagen deswegen krambele ich kann gerade sowieso nichts machen also mal gucken wohin der weg führt christopher nolan was hat ja mal damit zu tun was mit inception also die merke ist inception oh ja ok das erklärt warum sie so verwirrend sein ist sein soll ist machen drin ja ich auch wenn ich auch wenn ich sie gerade nicht sehe ich das problem ist ich für euch bleibt liegen du musst einfach liegen bleiben nichts tun ja ich ja ja aber jetzt gehen auch vorbei weil wir zu uns am besten also bis jetzt ist es nicht so viel passiert oder muss muss er da rein ja ich glaube schon wahrscheinlich wahrscheinlich zwischen den credits kann das sein ach so die laufen noch bei dir neben warte noch einen augenblick und am ende erscheint ein blaues gitter bei dir und da holst du dich dann rein weil ich weiß ich hier nämlich nur das gitter mit dem ei ja da ist er jetzt geschafft geiler typ ich habe die peru flagge ich muss mal kurz neu starten ja 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 ja